Willkommen meine hochwerten Mod-Freunde zum Mod-Montag, Total Warmer 3 Mod-Action jeden Montag hier auf dem Kanal. Manchmal auch häufiger, lasst gerne das Abo da, falls euch die Mods für Total Warmer 3 interessieren, um das Spiel ein kleines bisschen unterhaltsamer, abwechslungsreicher zu gestalten und eine Haufenweise kostenlosen Content zu bekommen, den es sonst von Creative Assembly so nicht gibt. Heute gibt es einen Mod, den viele von euch vielleicht schon kennen und er ist in so ziemlich allen meinen Kampagnen mit dabei und er gehört zu einem der Mods, die ganz ganz oben, direkt neben dem Better Camera Mod, den ihr euch auch installieren solltet, in der Mod-Datenbank von Total Warmer 3 von den Moddern rausgehauen worden ist, inklusive Mixus ein Locker, der auch noch mega geil ist. Aber heute geht es um den Mod Recruit, Defeat Legendary Lords. Hört sich etwas unscheinbar und ungewöhnlich an, aber was macht dieser Mod? Nun, dieser Mod ermöglicht es euch genau das, was er sagt, nämlich ermöglicht er es euch, besiegte legendäre Lords zu rekrutieren. Und was genau bedeutet das? Nun, ich habe es hier mal in einer Kampagne bis zu diesem Punkt geschafft, das findet ihr dann relativ häufig. Wenn eine gegnerische Fraktion besiegt worden ist, oder nicht unbedingt eine gegnerische, sondern eine andere Fraktion des gleichen Volkes, dem ihr selbst angehört. Nehmt ihr an, ihr seid Grünhäute und irgendeine andere Grünhautfraktion wird vernichtet. Zum Beispiel die von Grimgor und Grimgor ist dann auch kaputt, aber es geht auch für die ganzen Subfraktionen, die dort existieren. Dann bekommt ihr hier dieses Paneel und ihr könnt euch nun entscheiden, ob ihr die flüchtenden Orks oder die flüchtenden Menschen, Flüchtlinge, Refugees of War, in eure Fraktion aufnehmen wollt. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr die ganze Fraktion bekommt oder eine Konföderation bekommt, sondern ihr bekommt alle unsterblichen Lords und Helden, die in dieser ursprünglichen Fraktion drin sind, werden sich dann eurer Armee oder eurer Fraktion anschließen. Und man entdeckt dann auch die andere Fraktion, die diese ursprüngliche Fraktion vernichtet hat. Das bedeutet, wenn die Fraktion von Grimgor vernichtet worden ist und ihr klickt auf Accept Refugees, dann habt ihr ab nun die Möglichkeit, Grimgor selbst zu rekrutieren. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, die Flüchtlinge auszuschalten. Das heißt, Grimgor bzw. ja, Grimgor und bzw. alle Anliegen der Lords, die ihr hier wählen könntet, gilt natürlich auch für das Imperium, für Katai, für Vampirfürste, für alle Fraktionen, dann ist dieser Lord tot. Ihr habt auch die Möglichkeit, sie abzulehnen, Reject Refugees. Dann werden sie sich einer anderen Fraktion anschließen, eben natürlich auch, die von der gleichen, ähm, vom gleichen Volk ist. Oder ihr könnt nochmal warten, 25 Züge, um die Entscheidung dann nochmal zu treffen. Und das ermöglicht es euch zum Beispiel, als Grünhaut-General alle legendären Grünhäute zu rekrutieren. Grimgor, Skarsnik, Wurzak, Grom den Fettsack und natürlich ähnlich für alle anderen Lords. Jetzt klicken wir jetzt mal hier auf, ähm, Accept Refugees. Und dann habt ihr, also ist natürlich nicht direkt da, ihr müsstet dann einen neuen Kommandanten rekrutieren. Und der wäre dann dabei. Dadurch, dass wir hier gerade nur in Zug 7 sind, ähm, gibt es auch keinen legendären Lord. Also, das heißt, ihr bekommt die Meldung auch, wenn es kein, wenn diese Fraktion keinen legendären Lord hatte. Aber wenn jetzt ein legendärer Lord gestorben wäre, als Teil dieser Fraktion, dann würdet ihr ihn nun in eurem Rekrutierungsbildschirm zur Verfügung haben. Und interessanterweise suchen sich diese zerstörten gegnerischen Fraktionen auch aus, wen sie sich anschließen wollen. Nämlich, funktioniert das auf folgende Art und Weise. Nachdem eine Fraktion besiegt worden ist, wird ihre Lords, alle legendären, beziehungsweise unsterblichen Lords und Helden werden für die verfügbar, für die Fraktionen, die noch leben, verfügbar sein. Inklusive der KI, solange sie derselben Rasse angehören. Zum Beispiel am Echsenmenschen-Fraktionsanführer wird sich nur anderen Echsenmenschen-Fraktionen anschließen. Es ist hier, so gesagt, basically Confederation with a few extra steps. Wie Confederation, nur, dass ihr eben nichts von den anderen Siedlungen erhaltet. Ihr kriegt wirklich ausschließlich nur die gegnerischen, legendären oder unsterblichen Helden. Sie beginnen als verletzt. Und die legendären Helden sind also tatsächlich die originalen Nicht-Kopien. Also in früheren Versionen wurde einfach ein neuer Held erschaffen oder legendärer Lord, der dazugehört. Das sind tatsächlich genau der, der in der Kampagne besiegt worden ist. Und alle Quest-Items und alle Erfahrungslevel und so weiter wird dieser Held und dieser Lord dann behalten. Und zwar funktioniert das mit allen, egal ob gemoddet oder vanilla. Ihr braucht keine weiteren Sub-Mods, DLC-Lords und so weiter. Was gibt's noch? Übrigens, äh, stimmt ja. Die gegnerische, diese Fraktion, die sich anschließt, das entscheidet sie selbst so ein kleines bisschen. Also bei Default, also standardmäßig wird die besiegte Fraktion sich dazu entscheiden, einer Fraktion derselben Rasse sich anzuschließen. Sie bevorzugt den Spieler über die KI und sie bevorzugen allerdings auch Fraktionen, die sie bereits getroffen haben, also die sie kennen. Und Fraktionen, mit denen sie eine gute Beziehung hatten, bevor sie vernichtet worden sind. Und sie würden auch sich lieber jemandem einer großen Fraktion anschließen, als einer kleinen. Also es kann natürlich auch sein in dem Fall, wenn ihr durch Mixus anlocker irgendeine Nebenfraktion aktiviert habt und irgendwie ganz klein und weg seid, dass sich der legendäre Lord nicht euch anschließt, sondern vielleicht einer anderen KI-Fraktion. Aber tendenziell kommen sie dann schon zu euch. Ihr habt die Möglichkeit, wie wir sie gerade schon gesehen haben, den Lord, ähm, zu euch, äh, euch anzuschließen. Lassend, also wenn diese Nachricht kommt, dann ist er bei euch. Reject, dann kriegt sie jemand anders. Kill, dann können sie sich niemandem mehr anschließen. Es sei denn, sie können über sie wiederbelebt werden durch eine Rebellion. Das ist ja so eine Mechanik, die auch noch in Total Warmer existiert. Die Hauptfraktion, die legendären Lords, wenn es eine Rebellion in der Gegend gibt, wo sie gestartet sind, dann kommen sie auch wieder oder man kann nochmal 25 Züge warten, bis die wieder da sind. Und ihr könnt diesen Mod zu jedem Zeitpunkt eure Kampagne hinzufügen, ähm, aber ihr solltet, wenn ihr ihn drauf habt, ihn nicht mehr entfernen, weil das dann unter Umständen eure Kampagne kaputt macht. Daher, ja, wisst ihr darüber Bescheid. Und, ja, Leute, das ist dieser Mod. Und der ist ziemlich gut. Ich kann das, ja, es gibt noch das Mod Configuration Tool. Wenn ihr das noch installiert habt, könnt ihr noch ein kleines bisschen diesen Submod verändern. Aber das habe ich persönlich jetzt nie benutzt. Für mich war das eigentlich so immer ausreichend. Na, hier seht ihr auch nochmal. Die Darstellung Refugees of War in diesem Beispiel wurde der Goldorden besiegt. Und dann bekommt ihr entsprechend, was ist das Volkmar? Der Grimmige? Äh, nee, Balthasar Geld. Bekommt ihr Balthasar Geld in eure Armee, wenn das hier passiert. Und ich kann das empfehlen. Holt ihn euch. Einer der meiner Meinung nach essentiellen Mods. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr Bock habt auf mehr Mods habt, auf mehr Zeug, lasst natürlich das Abo da. Falls ihr den Hamster supporten wollt, wisst ihr, könnt ihr ihn auf Patreon oder StadiaHQ supporten. Oder ihr holt euch irgendwelche Games auf seinem NMOGA-Link. Total Warmer 3 zum Beispiel für 30 Euro, 2 für 10 und so weiter. Bei euch wird ein Cookie gesetzt für 7 Tage. Und Hamster erhält in der Zeit eine Verkaufsprovision. Ansonsten bleibt natürlich auch auf dem Kanal für Blood Bowl das beste Spiel. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mod-Erstellern Smoking und Militus Immortalis, der Eve Online spielt gerade. Was für ein krasser Typ. Wer spielt noch? Eve Online. Und Total Warmer gleichzeitig. Was für ein krasser Typ. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.